Willkommen zurück zum Let's Play Don't Starve und wir machen uns ohne große Rede auf in die eine Gegend. Ach ja, verbreitet die Blumen, ihr kleinen Bienchen. Ähm, in, in... die Gegend und so. Ja, hier hin. Und dann auch noch hier nach unten, weil, ähm... Ja, da, glaube ich, wird's nicht mehr weiter geben. Hier ist halt noch echt viel, wo was sein könnte. Hier ist noch ein bisschen was. Naja, ein bisschen viel was. Ach Gott. Hoffentlich find ich die letzten Teile bald. Weil es ist nicht so spannend, mir die ganze Zeit dabei zuzusehen, wie ich einfach nur in der Gegend herumlaufe. Gegebenenfalls werde ich das auch schneiden. Sodass sie nicht mehr... Ey, du kriegst nicht mehr eine Bärin. Ne, 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 ne. Ähm, gegebenenfalls auch so schneiden, dass halt dann an... Ähm, in einem Part mehr als nur ein Tag zu sehen ist am Stück. Und... Ja. Äh... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich war hier doch richtig, ne? Ja, da sind die Eier. Nein, nein, du willst nichts von mir. Ich wette, ich verlaufe mich gerade schon wieder. Nein, geh weg! Oh nee, ich glaube, ich bin sogar richtig. Okay. Kann ich hier noch ein bisschen Steine schlagen, weil so viele habe ich nicht. War hier schon lang nicht mehr. Wirklich lang nicht mehr. Steine irgendwie geschlagen. Ich habe mich ja schon riesig gefreut, dass ich direkt im ersten Part Gold bekommen habe. Ey, das war mal richtig geil. Ach, ach, hallo Baum! Dich gibt es ja auch noch! Dich habe ich ja total vergessen! Kommst du mich jetzt besuchen hier? Ach, das ist aber nett von dir. Ist nicht nett! Ach, stimmt, den muss ich ja dann noch nach oben locken. Aber schön, dass er immer noch hier herumläuft. Das freut mich. So, okay. Jetzt werde ich oft auf die Karte gucken müssen. Ach, Quatsch, du brauchst keine Essen. Hallo? Das war nicht mehr die Hälfte voll, aber egal. Reicht noch. Okay. Ach, den Baum habe ich echt vollkommen vergessen gehabt. Das nehme ich noch mit. Erschreckenden Hasen. Ich will böse Blumen sehen, ich will böse Blumen sehen, ich will böse Blumen sehen und nicht tote Leichen. Oh, ein Friedhof. Friedhof ist auch immer was Schönes. Aber da ich ja diesmal diese Gear-Teile ja schon direkt bekommen hatte durch den kleinen Stampfer hier oben, war das viel besser. Oh, oh, oh! Yay! Super! Schön! Jetzt fehlt uns doch noch ein Teil. Aber ich glaube, das werden wir nicht hier finden. Denke ich mal. Weil meistens ist es nämlich so aufgebaut, dass, ähm, nicht in so unmittelbarer Nähe noch ein zweites ist. Ich werde aber einfach sicherheitshalber das noch absuchen. Jetzt fehlt uns doch noch ein Teil, dann sind wir von dieser Insel weg. Insel? Naja, von dieser Welt weg. Bevor ich dann verschwinde, werde ich auf jeden Fall noch Maxwell's Door machen, so als kleines Extra. Mal ein bisschen vorstellen, die verschiedenen Dings. Ich will auch mal irgendwann eigentlich in die Höhle rein. Ich will mich das mal trauen, aber ich bin da so ein Feigling. Ich bin da echt enormer Feigling, was das angeht. Vielleicht nehmen wir die Wehren mit. Kann ich gut gebrauchen. So, hier oben. Ja, so genau muss ich das da oben nicht ausfindig machen. Wo habe ich denn hier die Dings gefunden gehabt? Ein Gegenstand. Irgendwo hier, oder? Egal. Okay. Dann noch nach dort unten. Wollen wir die Karte ein bisschen rausziehen. Da kommt auch schon wieder die Nacht. Die Tage gehen einfach viel zu schnell vorbei. Nein, du sollst das Gras gar nicht abmachen. Aber wir können es gebrauchen. Also mach es doch ab. Da ist schon wieder ein Eingang zu der Höhle. Das war schlimm. Ich war echt noch nicht in den Höhlen drin. Ich traue mich das auch einfach nicht. Da fiel zu viel Schiss vor. Okay, also hier ist jetzt definitiv nichts mehr. Gut. Dann werde ich jetzt hier hingehen. Einfach in der Hoffnung, dass dort noch was sein könnte. Oh, vielleicht sollte ich mal langsam was essen. Nein. Ernsthaft. Nein. Warum kommen denn jetzt Höllenhunde? Warum so spät am Abend? Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ach, verdammt. Alter, nehme ich mal direkt den hier, dann laufe ich nicht im Dunklen herum. Weil ich 100 Brot gleich weiter rennen muss. Dank denen. Oh, super. Super. Ach, hallo, Baum. Leider hilfst du mir nicht gegen die kleinen Viecherchen. Oh, da kommen sie. Da kommen sie. Da kommen sie. Ah, nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein, geh weg. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht, wo ich hinrenne. Oh, Gott. Oh, ist das furchtbar. Ich versuche einfach jetzt irgendwie im Kreis zu laufen. Vielleicht hilft das, bringt das was. Wahrscheinlich töten sie meinen kleinen Kleiter. Wo sind die Vogeldinger, wenn man sie mal braucht? Ach, da, da ist einer. Okay. Ich habe gerade einen gehört. Da höre ich auch den Baum. Ach, ich werde ihm beinahe in die Arme gelaufen. Gut zu wissen. Solange ich die Hunde höre, laufe ich weiter. Okay, der kämpft noch. Okay, der kämpft noch. Oh, Gott, ich habe so Schiss. Hilfe. 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 Der nächste Tag bricht schon an. Ich werde das einfach mal schneiden und dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder. wir sehen, wir haben. dass wir wir sehen. Wir sehen,